1997 erkundeten Spieler als frisch beförderter Blade Runner Ray McCoy die düstere Cyberpunk-Welt des gleichnamigen Kinoklassikers von Ridley Scott. Dieser wiederum basierte auf Philip K. Dicks Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Wie das Buch und der Film widmete sich das PC-Adventure der Frage, was den Menschen zum Menschen macht. Untertitelung des ZDF, 2020